Die Anwohner des Damaschke-Plans haben die Nase gestrichen voll. Direkt durch den Ortsteil von Kalbe an der Saale führt die Landesstraße 65. Am Ortseingang stehen nur sog. Ortshinweisschilder. Statt 50 kmh sind hier 70 kmh erlaubt. Doch für viele Autofahrer ist das zu langsam. Das Problem ist, dass hier ohne Rücksicht gefahren wird. Geschwindigkeit wird dolle überschritten. Ich habe Geschwindigkeiten messen können bis zu 140 kmh. Das Problem ist, dass hier eine Bushaltestelle ist, wo auch ein Schulbus hält. Und die Kinder Probleme haben, diese Straße sicher zu überqueren. Anwohner fahren mit dem Fahrrad über die Landstraße. 2018 wurde ein Grundschulkind auf einem Rad hier schwer verletzt. Ein Mädchen ist mit Fahrrad gefahren, hatte auch volle Montur ein. Wurde erfasst von einer Autofahrerin. Man hat halt den Helm, der war wohl in sämtliche Teile. Also nicht mal der Helm hat was gebracht. Sie lag lange im Koma. Und jetzt ist es, denke ich mal, langsam so, dass sie sagen kann, es geht jetzt bergauf. Für die Anwohner ein Albtraum, der sich jederzeit wiederholen könnte. Denn die kurvige Landstraße ist für Kinder nur sehr schwer einsehbar. Ich hatte schon mal den Vorfall, dass ich an der Bushaltestelle stand. Ich habe nach rechts und links geguckt, als der Bus schon weg war. Es war nichts. Dann bin ich rübergegangen und auf einmal kam von rechts ein Motorrad angeschossen. Das war wenige Zentimeter vor mir. Aber der Motorradfahrer hat sich auch gleich umgedreht, entschuldigt. Aber das habe ich bis heute nicht vergessen. Das ist auch schon mehrere Jahre her. Lothar Schröder hat mit behördlicher Genehmigung mehrere Hinweisposter aufgehängt. Außerdem schrieb er an die Stadt- und Kreisverwaltungen und auch an das Verkehrsministerium in Magdeburg. Passiert ist so gut wie nichts. Das will Kalbes Bürgermeister Sven Hause nun ändern. Wir werden jetzt prüfen, hier eine Lichtanlage aufzustellen, die die Geschwindigkeit den Verkehrsteilnehmern ein Stück weit anzeigen. Unsere Erfahrung mit solchen Anlagen ist durchaus positiv. Auch verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei würden helfen. Selbst veranlassen dürfen das die Verwaltungen in Kleinstädten wie Kalbe aber nicht. Wir brauchen mehr Polizeipräsenz. Ohne dem hat das keinen Sinn, weil es wird sich so schon nicht an die 70-Zone gehalten. Auch gerade Nacht. Wir wohnen hier an der Straße. Wir hören, wie hier Rennen gefahren werden. Auch die Drosselung der Höchstgeschwindigkeit auf 50 kmh würden die Anwohner begrüßen. Vielleicht müssten sie dann weniger Angst um ihre Kinder haben. Dann wird es nur umwundigkeitskontrollen. Aber wie ein Wunsch ist, Wir machen uns über die Anwohner-Wunsch und so auch mit davon eine Drosselung zu